Oh, ist ein bisschen ruckelig hier. Mal schauen, ob es wieder so lustig wird, Zeiss. Ja. So, schauen wir mal. Atme, atme. Sonnitäter. Ich bin eine reitende Banane. Das mit Reiten lasse ich mal so im Raum stehen. Ja, genau. Achtet auf eure Wortwahl. Da. Nee, das ist keine gute Idee. Ich hab schon markiert. Ich springe euch einfach hinterher. Ich hab das eh noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Zu dem Blauen, oder was? Nö. Jo. Okay. Oder einfach mir hinterher. Ich bin eine Fliege, die Banane, ich bin nicht zu besehen. Mit meinem Neffen zocke ich gelegentlich Fortnite. Mhm. Oh, dann kommen wir mal schnell zu dir. Ach, das ist wieder die komische Burg da. Nur ohne Box diesmal. Nur wir sind hier. Okay. Juhu. Da, ich bin eine Karlsson von Dach. Letztes Mal hat es auch hier gut funktioniert. Ja, schon. Ich finde die Stadt, finde ich, um einiges besser. Ja, aber da landen gerade sehr viele. Hm. So. Was haben wir das denn? Taschenbunker? Was ist das denn? Ein Taschenbunker. Oh. Klingt irgendwie... ...über 18. Ich lasse jetzt mal im Raum stehen, was mit Taschenbunker... Ja, ja, eben. Ja. Das beleuchert. Oh, hier ist auch... ...dauber lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Was macht man damit? Was kann der? Das ist ein aufstellbarer Bunker. Kannst du mal aufstellen, vielleicht brennt noch Licht. Hm. Ach, ist das nicht die Hütte mit dem, äh... ...sagt schon, mit dem, äh... ...ääh... ...Tresor? Ja, Tresor gibt es doch immer, oder? Ja, sind aber nur zwei Tests. Ja, Tresor gibt es doch immer, oder? Bei wem höre ich alles im Nachhinein nochmal? Cottbus. Ich meine auch, ja. Cottbus, du müsstest das bei dir ein bisschen leiser machen. Wir hören das Echo. Ich hab gehört, dich auf Lämpner Arbeit machen. So, besser, ja? Ich glaub schon, ja. Müsste gehen, ja. Wurden gepumpelt. Also hier oben war ich auch noch nicht. Wo treib ich mich herum? Ah, ja. Keine Ahnung, an welchen Ecken du dich rumtreibst. Ich bin mir auch nicht so sicher. Aber jetzt bin ich wieder im Treppenhaus. Jetzt weiß ich es wieder. Äh, äh, vier, drei. Hm, spielt keine Rolle. Oh, was haben wir denn da? Muni. Munition kann man immer gebrauchen. Ja, eben. So. Ich komme mal zu euch. Genug gelootet. Ich bin Jesus. Ich komme fliege. Käses. Jesus. Ja. Wie bitte? Äh, ich behalte sowieso nicht lange. Erstens, weil sie nur Nachteile bringen. Was bringt nur Nachteile? Man ist ein sehr leichtes Ziel in der Luft. Macht aber Spaß. Ich bin die Jesus-Banane. Banane. Nee. Ich kann irgendwie diese Spiele nicht mit Controller spielen. Deswegen spiele ich es nur mit Tastatur. Also ich muss gestehen, als wir das das erste Mal gespielt haben mit Controller, das ging recht gut. Das ging fast besser wie mit der Maus. Weil dann brauche ich keinen epischen Sieg mehr. Ich habe schon den Siegesleiter. Also ich bringe das nicht hin mit, äh, Oh, da hinten wird die Schasse. Dingens. Bring ich es nicht hin. Keine Ahnung, wieso. Hm. Bin zu doof hier. Ja, dem einen liegt das. Das an dem anderen das. Das ist halt so. Äh, so Autorennen geht manchmal. Ja. Mit, äh, Oh, noch mehr Alkohol. Oi. Was schmeißt du hier so rum zu Eis? Wir sind jetzt übrigens zu fünft. Das geht auch? Ja, Gott. Ja, wenn du den Board nach dazu nimmst. Ah. Okay. Siehst du mal. Dann geht es zu fünft. Ich gehe mal da hinten und gucke, wer da rumschießt hier. Ich könnte Verstärkung gebrauchen. Ich bin unterwegs. Ich renne einfach mal hinterher. Aber ein. Wer zum Geier war das? Das war ein geiler Sprung. Könnte dir das unterlassen, das nervt. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Ich komme mir auch allein klar jetzt. Achter oben. Ballern. Mein. Ein anonymer. Vorsicht von da. Tod getötet. Oh, ne Sniper. Bahnhof Schlüsselkarte. Will jemand haben? Ja. Was für ne Karte? Bahnhof Schlüsselkarte. Ja, hierfür. Schüttrunk. Oh, Sniper. Oder halbwegs Sniper, ja. So. Was hört ihr denn? Achter. Wow, das ist ein Sniper ohne Visier. Sollen damage. Dann nehme ich. So. Können wir mal gucken. Ich habe wahrscheinlich, wenn ihr ein Sniper mit Visier findet. Wäre sehr hilfreich. Ja, kein Ding. Was sehen wir denn hier? Muni. Muni. Muni, seo. Und wir sind einer weniger. Toxic Tropic? Ne. Ich renne einfach mit. Ich muss das Spiel nicht verstehen. Ich renne einfach mit. Da steigt man nur. Und auch mein Bot ist schon eingestiegen. Okay, dann stehe ich in den anderen. Wir sehen uns in der Zonig. Ich dachte, du willst einsteigen. Gottbus. Hey, Hundese. Danke. Maverick ist ja weg. Ja. Schon wieder abgestürzt, das Ding. Jo. Ja, 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 ja. Hat er vorhin letztes Mal doch mitgenommen. Ja. Erst mal, erst mal tanken hier. Kann man tanken? Jetzt braucht man kein Auto mehr. Könnte man tanken? Nee, ne? Kann man. Aber wir brauchen kein Auto mehr. Ja, nee. Nur, dass ich es weiß. Das ist wie cool. Nee, gibt es auch Benzinkanistra. Ja. Ich würde mal von der Tanke weggehen. Ja, das... Wer macht denn so was? Bisschen. Oh, wir werden beschossen von der Wege. Oh. Vorhin, äh... Verrätner hier abgestürzt. Tja. Oh, irgendjemand schießt. Irgendwo von dort. Ja. Meinst du von da? Ja. Dann gehen wir mal gucken. Töten. Ach, hier ist die Banane. Oh, mich stört es, dass die Sniper kein Visier hat. Werden wir noch eine finden. Bär schön. Ah, da müssen wir hin. Kommt ja schon gleich die Zone. Ja. Maverick, schon wieder weg? Nee, ich bin hier. Ah. Am zuschauen. Ach so. Ja. Also ich könnte rein theoretisch schon von meiner PS5 versuchen, aber ich weiß nicht, ob das besser ist, aber... ...besser ist, wenn es nicht die Dauer abschmiert. Ja, gut, wenn du das mit dem Controller nicht hinkriegst, dann macht es ja nicht wirklich Sinn, ne? Aber musst du wissen. So schwer ist es eigentlich auch, ne? Ja, gut, jeder, wie er kann halt, ne? Wo? Wo? Markiere. Irgendwo von hier. Das ist so blöd. Ohne Visier. Dort rennen welche? Ah, wir lassen dich mal her. Da ist jemand. Hast du einen Sniper mit Visier gefunden? Oh, hier, Zeus. Für dich. Bei Cottbus. Ja. Immer noch besser als ohne. Ist zwar... Ah, es ist keine... Ah, wird er erst mal reichen. Sehr schön. Ah, die sind jetzt mal auf der Insel. Bist du jemand da unten? Mhm. Ja, die sind auf der Insel da oben. Oh, okay. Da gehen wir diesmal nicht hoch. Nö, das gibt nur Ärger. So wie letztes Mal. Orientierungspunkt entdeckt. Guck an. Ja. Ja. Bestimmt. Mhm. Oh, bitte ne Sniper. Oh, was haben wir denn hier? Geben. Geben meine... Das ist epische Gewehr nochmal drüber. Da kann ich mich jetzt da oben bauen. So, ich mach alles kaputt. Hehehe. Hehehe. Dann geh. So, gut. Dann kann meine Sniper-Action weitergehen. So, gut. Dann kann meine Sniper-Action weitergehen. Ich bin nicht nur ein Boot. Ich bin nur ein Boot. Ja. Ah, guck mal da oben. Ja, die haben mich erwischt. Ha. Hehehe. Schnapp ihn dir. Und jetzt kracht Cadbus wahrscheinlich in die, äh, rein. Schnellweg. Oh, oh. Äh, warte ich komm. Komm, komm, komm. Zack. Gehen geschehen. Oh, ich hab, ich hab, ich hab, äh, wo bist, wo bist du? Äh? Ah, da. Okay, komm, dann. Ähm, wie geb ich dir das? Oh, verdammt. Oh, shit. Hast mich in eine Falle gelockt. Hehehe. Oh, nein. Weg hier. Ah, nein. Ich wurde tot getötet. Ja. Ja. Wie starten wir eben. Genau. Ich bin ein. Ich bin ein. schlüssel abfahren aber ich lebe noch läuft was ich heute versehentlich gemacht habe mit einem geländewagen durch ein portal und nachher vom himmel gefallen war dann gut dachte ich mir auch super geschickt und intelligent sehr schön links von dir ist ja da ist unser rambo Also gegen meine Stalberschüsse konnte man nichts einwenden. Ja, die waren nicht gut. Die waren akzeptabel. Bis auf gegen die auf der Insel, aber... Ich bin alle bereit. Ich muss Skin wechseln, das bringt immer ein Glück. So, jetzt muss ich noch die Banane schälen. Okay. Cottbus ist anscheinend der Gruppenanführer. Ah. Ich komme als DJ Lama. Ein Toffel ist da. Einen wunderschönen guten Abend. Ah, Toffel hat es auch mal geschafft. Ja, ich bin immer nett. Du bist immer nett, Jan. Na, ist klar. Alter Mann, sagt er zu mir. Gestern hatte meine Schwester Geburtstag. Die ist jetzt alt. Die ist 50 geworden. Äh, noch mehr Friedhofsgemüse wie du, was? Bitte? Noch mehr Friedhofsgemüse wie du wahrscheinlich. Ja, genau. So, ich bin DJ Lama. Zeus braucht Backenfutter, oder wie ist das? Und danach geht der Party. Nee, ich schmeiß dir gleich eine Party. Nee, er spuckt dich an, wenn du zu Recht wirst. Weil er hat eine feuchte Aussprache. Oh, verstehe. Ein was? So sind wir jetzt plötzlich in der Lobby. Wir freuen uns über dein Feedback. Hattest du Spaß in deinem letzten Match? Ja, überspringen hier. Das ist übrigens für den Skin. Bist du einer von Daft Punk, oder was? Ich mach gleich hier. Oh, Jingle Bells. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Zeus. Atme nicht vergessen. Toffel, ruf einen Krankenwagen. Ich glaub, wir verlieren Maverick. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, komm mal her, ich hab noch mehr. Ich dachte, jetzt macht Zeus wie ein Königreich für ein Lama. Ich dachte, er macht jetzt einen auf den. Ich weiß gar nicht, ob ich den... Gänst du das, Demisiel? Ich wollte gerade sagen, ich glaub nicht, dass ich den gesehen hab. Ich hab so ein paar, hab ich verpasst. So ein paar gute alte Filme. Da geht's um ein... ...könig, der immer... ...ziemlich geizig zu den anderen ist, aber... ...ziemlich großzügig zu sich selbst. Ja, okay. Und das geht's. Ich hab noch einen besseren Lama. Dalai Lama. Ne, das ist DJ Lama. Oh, 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 oh. Huh, oh, 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 oh. Ich bin der Lama, oh, oh. Ja, vor allem ist der leicht reaktiv. Aber ja, Toffel, hast recht. Schick dir einen Mercedes vorbei. Ich hab den besten Leiter. Äh, Mercedes, wollt ihr einen Giraud? Habt ihr einen Giraud als Leichenwagen? Giraud als Leichenwagen. Ich hab die beste Entspartungsmusik. Ach, ey. Korallengesang. Oh, hör auf. Nicht, dass ich einschlafe. Ich hör sowas zum Einschlafen. Meeresrausen und so. Äh, ich hoffe... Ich hoffe, von sowas bekommt man keinen Uhrenkrebs. Tja. Ne, davon gibt's das Lama-Virus. Ach so. Dann hat man den feuchten Akzent, oder wie? Und die Kiste mit denen halt an dir vorbeirutscht. Ja, oh. Ihh, stell dir das vor. Hab einen? Oh, ich hab ne goldene Waffe, geil. Und ich hab meine... Findet man auch nur noch selten. Gerade auf Anhieb. Da ist jemand. Sag Bescheid, wenn du ne Sniper findest. Ich nehm gerne ne Sniper. Ja, und ich, äh, höre schon wieder Echu. Ja. Ja. Wir sind alle ganz schön anonym unterwegs hier. Das ist toll, oder? Ey. Ich werd beschossen. Du bringst immer so. Ach, das hat ja noch Zeit, oder? Ich werd beschossen. Hat nur Zeit, bis ich schon. Also, ich hab meine Kika geregelt. Und meinen auch. Sehr gut. Ich, ja, ja, weil ich den Rest gegeben hab. Hm, hm. Ja, ich hab ne Sniper mit Ziefen. Ja, ja, weil ich den Rest gegeben hab. Und Todbus ist Marsch der Welt. Da war ein Darf Asthma. Was Hashtma? Ne, Darf Asthma. Was haben wir denn hier noch? Ich fiel grad nur Alkohol. So, so, jetzt wissen wir's. Ich hab hier noch ne Flasche Desperados. Ne große. Also, Desperados kann ich nicht schlucken. Das find ich eklig. Ich bin im Bad. Ist nicht gleich verwerbs als Lama. Oh. Was hab ich denn da geworfen? Oh, hier sind Ressort. Was hab ich denn da geworfen? Ich hab das mit den, äh, mit der, dass ich die Schüsse sehen kann, äh, Drina. Ja, das hab ich auch. Das, äh, hab ich aber nur rausgefunden, äh, weil, äh, Ballritter, das mir gezeigt hat. Ein alter Bekannter. Äh, weil, äh, Ballritter, das mir... Alter Bekannter? Mhm. Wer? Komm doch mal her, dann siehst du ihn. Alter Bekannter? Mhm. Wer? Ich bin grad an der Perze der Welt. Ja, darf ich vorstellen? Bluetooth. Bluetooth. Ah, wa, wa, was Bluetooth? Bluetooth. Sei froh, dass er seine Minigun nicht mehr hat. Warum? Sagen wir's so. Bevor sie genervt war, war es die stärkste Waffe. Okay. Bis zu, bis zu welcher Season? Chapter 2, Season 2. Ist also schon ein ganzes Stück her. Ja, schon ein Moment. Hier kommt was Stilltrank. Genau. Ich hab etwas gefunden, was zu mir passt. Ja, den, äh, Zeus Blitz. Ja. Wer fährt denn da rum? Ja, den werd ich gleich mal notschmucken lassen. Äh, ein, äh, Feind. Der wird das mal gegrillt. Ja, weil ich... Der wird Kentucky-Fahrheit extrakten als Bericht. Aber wo ist er hin? Weg. Weggefahren. Okay. Ich muss erst mal mein Sturmgewehr wiederholen. Ein Huhn? Nein. Lass Henry in Ruhe. Fleisch. Michel. Meinst du das Huhn? Wer denn sonst? Das hab ich schon getötet. Das geht nicht. Hehehe. Das geht, geht in die Fahr... äh, Henry-Fahrheit. Wir sollten vielleicht mal Richtung Zone. Nimm ich mit. Aua. Also, hopp. Steig ein. Wir hauen da mal ab. Also, ab. In die Richtung, ja. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Äh, was kann ich dafür, wenn das Zeichen mir steht? Ein guter Punkt. Also, an mir liegt es nicht. Wir müssen aber in den weißen Kreis, ne? Das weißt du schon. Ja. Ach, du ja. Boah, ist doch noch Zeit. Meiner. Äh, wie war das nochmal mit den Farben? Ja, Schildbrechergranate. Das recht hoffe ich. Ich hab das zu spät gesehen. Ich dachte, das wäre, ähm, Schilddrank. Ich kann fragen. Das ist ja schon gemein. Wie aktiviert man den Booster? Wie? Schau mal, sogar frisch geliefert. Neues. Ich hab einen anderen Octane. Oh. Oh. Da, hier. Ah, ich hab keinen Spiritus Sancti mir. Ein Spiritus Sancti. Das ist ein Panzerbücher. Schild, der mir da reicht. Was soll das denn? Ich hole dich gerade. Bitte einsteigen. Ich war auch der Bus so viel, äh, Sprit, dass er gleich der Tank lieber war. Ich hab sehr viel Boost benutzt. Schau mal, wir fliegen. So, wir sind da. Ja, du bist die Schuld, Töfel. Diesmal nicht. Ja, lass mal aufpassen. Darf ich jetzt die Bude hier allein ausräumen, oder was? Ich bin ja da. Ah, bin ich doof, oder springst du an gleicher Stelle, Zeiss? Oder? Ne, dann kann ich nicht fahren. Zeiss scheint rausgeflogen zu sein. Ja, das ist richtig. Oh. Weil die Renten waren gleicher Stelle. Oh, ja. Ich hab Chicken Nuggets gemacht. Junge Mann, ich glaub, der Auspuff ist nicht serienmäßig. Führerschein und, äh, Fahrzeugpapiere, bitte. Willst du uns umbringen? Alter braucht, äh, Boost, äh, Sprit. Hm. Der Tank ist schon fast wieder leer. Ah, okay. Was haben wir so? Da ist er wieder. Ja. Oh, da war, ich hab ein Motorrad über den Hafen gefahren. Ja. So ein schickes, rosanes. Gut, da seh ich mich dabei, oder? Warum? So, wir müssen die Anzeige herstellen. Hey, leise, Chantal. Ein Zug. Vorsicht, der Zug hat keine Bremsen. Hm. Hm. Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse. Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse. Ach, jetzt läuft mir das Lied noch. Danke, Cottbus. Jetzt hab ich einen, äh, ur----. Zum Glück kenn ich das nicht. Er ist ein Feind. Dann eliminieren sie diesen Feind. Wo? Äh, hab ihn gleich geschlossen, äh, bist schon zu spät. Ja. Läuft. Du schließt ihn auch immer aus, ne? Ja. Keiner hat mich lieb. Ich glaub, ich denk mir, wenn er eine pinke Brechstange als Spitzhacke ist. Pinke Brechstange? Also, äh, Brechstange ist mein, äh, mein Humor, oder? Dein zweiter Vorname. Ja. Jage mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. Hihihi. Also, ist, meine Freundlichkeit ist, äh, eine Brechstange. Natürlich. Da ist ein Soldat der 501. Legion. Oh, da ist ein Feind. Oh ja, da kommt jemand. Gleich seid ihr weg. So. 25 Spiele. Okay. So, ich bin jetzt Buches Gold. Hmhm. Als ich sieben war, äh, waren es auch schon 21 Jahre her. Was war das? Als ich sieben war. Alter, wer zum Geier. Bin da unten. Oh. Cottbus auch. Ja. Komm, wir nicht raus, schauen wir ab Gepäch. Ja, bin da unten. Ich bin tot. Ich eile. Ich muss jetzt die kleinste Violine heraussuchen. Oh. Okay. Gegen drei habe ich keine Chance. Hey, hey. Hat er gesehen, er soll sterben? Bodies? Bodies? Mia. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ja. Senkirch, naja. Bin doch ziemlich fertig. Hab ein kleines Mittagschläfchen gemacht vorhin, aber... Bin ziemlich zerstört. Allzu lang wird das heute auch nicht werden. Kaput. Paput. Und bei dir? Wo ist denn der... Ja, klar. Ja, klar. Auf jeden Fall, das müssen wir hinkriegen. Man sollte es nicht beschreien. Auf jeden Fall. So schnell gehe ich ja noch nicht offline, also werde ich noch ein wenig in Farb-Night sein. Verstehe, Mia, verstehe. Ich habe die ganze Nacht gesungen und getanzt und getrunken. Ich bin echt zu alt für sowas, ey. Ich muss mich da anders vorbereiten, wenn ich auf eine Party gehe. Das klappt so nicht. Ja, dann bin ich dann... Hab dann bei einem Kumpel gepennt. Um... Ich weiß gar nicht. Um vier oder so waren wir bei dem. Ach. Ja, und um acht war ich schon wieder wach. Um vier. Ach, der Scheiße. Ich kann ja nicht auslaufen. Kein Lunder bist du gerettet gewesen. Ja, ja, eben, genau. Ja, und dann halt noch wieder zurück zur Party. Da haben wir dann gefrühstückt und noch aufgeräumt und die Möbel wieder weggetragen. Und dann schnell nach Hause. Ich habe die kleinste Violine gefunden. Ist das dann die Violinette oder wie man das ausspricht? Bei dem hat der Skin den passenden Effekt. Das wieder war. Guldig. Was? Nina Turtle? Nina Turtle wäre cool. Da will ich aber Leonardo sein. Nein, nein, nein. Nicht vom Nachbarn. Wir haben unten aus der Bar, aus dem Partyraum, hatten wir den Tisch hoch, wo dann das ganze Buffet drauf war. Das haben wir dann wieder weggeräumt. Durch die Treppen und so. Aber es ging, es war nicht schwer. Was da, Nuno? Ne, da lande ich nicht, da werden wir sterben. Das sieht nicht gut aus, da, das Grüne. Oder täuscht das? Da lande ich da auch nicht. Außer, weil der Bus drüber fliegt. Und ich schlag noch mal in eine andere Richtung ein. Weil dort fliegen mir zu viele hin. Äh, wohin denn? Ich geh mal hier. Ich geh mal hier. Ich fliege jetzt zu. Zu dem kleinen Dorf hier. Wir sind jetzt überall woanders, ne? Jaja, gut verteilt. Jaja, gut. Deswegen... Cut, was ist down. Deswegen soll ich doch niemals dort landen, wo der Bus ist. Oh, ich höre Schüsse. Da fliegen Haufen Drohnen. Die kann man abschließen, die geben Blut. Ah, okay. Dann suchen wir schnell eine Waffe. Ihr hättet mal hier bei mir landen sollen. Hier ist nischt. Los. Jaja. Plus dazu habe ich goldene Waffen. Oder wenn diese festgelegen haben wird. Äh, hier. Ich hole Cottbus, äh, seine Karte. Und nachher könnte ich ihn wieder belieben. Ja, alles genau. Ja, dann solltest du schnell weg da. Ja, und sonst habe ich mich halt für Cottbus geopfert. Seht's mal positiv. Ja, genau. Ja, genau. Wenn nicht, muss ich deine Karte holen. Ja, genau. Vorbildlich. Also sehr entspannt hier. Ihr könnt ihn wieder belieben. Ich hab ihn. Er hat deine Karte geholfen. Achso, kann dann jetzt jeder das einfach machen? Ja. Ah, okay. Warte mal, ich stehe hier am Bus. Achso, kann dann jetzt jeder... Nee, lass mich mal machen. Äh, ich werde gejagt. Schon wieder. Warte mal, ich stehe hier am Bus. Nee, das geht mal. Ich werde gejagt. Also, es kann nicht allzu lang gehen, dass ich tot bin. Entschuldigung. Dann rennen. Mach ich ja. Da. Wollte ich den eigentlich auch gerade holen, aber... Da, da. Habe ich mehr Lut für mich. Warte mal. Was beschützt du Maverick? Was beschützt du Maverick? Was beschützt du Maverick? aber sowas wie heilung kennt ihr nicht so was habe ich ja nicht was gescheites habe ich auch nicht sie kann man jetzt meine chiqui nuggies verbrennen das nicht nur so ich habe blügel mp also ich habe noch keine waffe dann kommt doch sofort ich hole dich ab ich bin das notfall taxi ich halte ich bereit ruhig ich sehe die schon sehr gut erfahren mit mobs geschwindigkeit mit speed mit lächerlicher geschwindigkeit nein was mache ich denn ich habe was sind hier los normal da kam auf einmal die klasse mit keine ahnung wie viele leute so eine waffenteilung hast du nicht ne dann habe ich nicht ich hole die andere das war knapp das auto gekippt ja genau ja ich muss erstmal zu tanken das müssen wir erstmal schaffen bei einer g klasse ich muss tanken maximal vier teufel hast du tatsächlich recht hätte man ja mal drauf kommen können die tanke wurde gesprengt das müssen dein auto weiter nehmen obwohl das ding hat noch halbwegs lang auch teils also mein geländewagen macht er auch nicht mehr allzu lange mit auf was denkst du diese octane hier ja fahr mir auch noch rein ja oh links ist die hölle los passt auf könnte knapp werden ich sehe es ja das wird glaube ich nichts euch zu holen ja das wird sehr sehr knapp ja das wird sehr sehr knapp ja das wird sehr sehr ja hol du mal die karte also teufel sagt das geht ich hole ja schon alles aus dem geländewagen raus solange du nicht drauf gehst ist alles gut die von michel habe ich schon ja oh pass auf deine gesundheit auf ja ich habe ich schon ja oh pass auf deine gesundheit auf ja ja du kannst sie wieder belieben sei es ja bin ich gerade bei ach so das sehe ich ja nicht das war knappe kiste 9x exatoren willkommen willkommen ich lebe ja ihr solltet euch mal nicht zu früh freuen ich habe nur eine pistole aber nicht erst durch die waffen mit einem feld und am besten nicht in die gegner reinrennen nämlich gegner auf dem weg können wir ruhig jetzt mal um die gegner ach zeus ist down peter griffen was zum geier hat die linien das gehört dazu wir haben es gedacht da musst du nicht so was rennen wir brauchen die macht fortnite ist das ich glaube wir verlieren noch atme atme ähm no build oder wie der heißt keine ahnung also der ohne baum ja no build heißt das no build was wir machen ja warum die lama power laut gott jemand im chat gefragt die lama die lama power lama power ich dachte die heilige machte sie ich spiele das erst zum dritten mal so das hätte gar keinen sinn da auf ranked was denn ja von mir ist kann man kann man noch mal durch starten mir sogar ich will noch gar nicht schrägen immer noch bei jürgen selbst bei mir hätte er kein sinn wir haben wir schon um einiges besser als ich würde auf jeden fall mehr so machen ja gut bei so vielen leiten habe ich keine chance ja schade dass es die ganz alte heavy nicht mehr gibt scheint heute auch ein bisschen schwieriger zu sein von der von der gegner performance ich habe gesagt ich hole die macht des lamas vor allem spitzhacken und die kreide ja auch danke dir für den lörk extra drum ach du scheiße sag mal die waffen die man hier einsammelt die kann man nicht mitnehmen oder nein nein geht leider nicht so jetzt mal ordentlichen absprungpunkt auswählen da ok deswegen lande ich auch immer außerhalb ist es hier yo kannst du uns beweisen ich habe auch noch ein lama gleiter also ach kennst du nicht viel stück äh gleiter nee diesmal habe ich keinen korallengleiter aber schade dass du meinen gleiter grad nicht siehst bin viel hart viel zu schnell ja schau mal runter nur noch schauen ich habe höhenangst ich gucke lieber nicht runter du bist zu weit weg du bist zu weit weg zu eis ja blöderweise sagen gegner da siehst du ihn jetzt gegner ja also den gegner sehe ich ich meinte meinen gleiter du ach dann äh sprich doch deutsch nee ach jetzt sehe ich ihn aber von unten von unten snagge ok das ist der beweis so ist es krank das war ich nicht ne 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 ich war es nicht warum wird mir eigentlich mal die schuld zugeschoben ja du bist krank das wäre falls dein arbeitgeber zuguckt wäre das ganz cool ja genau er muss ja schuld sein oh ich hab die tasche ich hab den taschenbunker da noch licht brennt schießereien wer ballert hier ich ich hab eine schießerei angezettelt naja solange du keine scheißerei hast die kommt gleich raus die kommt gleich raus oh was hab ich denn da mit laser fanro bunker 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 was denn warte warte ich muss ich mal kurz was denn was denn es ist ein lama in einem lama ok so wie ein tru tru tarnhahn ein kleiner tru tarnhahn gesteckt wird da komme ich gar nicht auf kleiner tru tarnhahn ups dachte ich hätte noch mit doch war gehts nach ne du hast du was geracht du warum ist hier mein banner symbol das geht ja gar nicht das gibt ne anzeige hast du das geracht du ja sowas geht gar nicht Das ist ein Tier. So ist. Ist da jemand ein Taxi gerufen? Was ist das denn hier? Zeus, alles klar? Zeus haben wir verloren. Oh. Einsteigen. Oh, komm, schnell. Toffel hat es auch schon wieder rausgefecht. Was, Toffel? War der drin? Ah, nee. Oh. Was ist denn da los? Erst ich, dann Toffel. Äh, Walde. Ich bin verwirrt. Äh. Cottbus. Apropos, ich hab die Monkey Island Story von Sea of Thieves gespielt. Ja, ich hab, äh, gesehen im Discord. Hast du es durchgespielt, ne? Zu 100%. Jedes einzelne Ding davon. Cool. Man kann es spielen, aber Pirates Life ist definitiv besser. Ja, okay. Habe ich aber auch nur zu 100% gespielt, weil es das Seemann Street am Ende gibt. Wenn man alles zu 100% macht. Okay. Hat zwar sieben Stunden gedauert, aber... Ui. Ist aber eine gute Zeit für so eine kleine Nebenstory da. Ja, Pirates Life ist aber ein deutlich überniveau. Monkey Island kann man da rein spielen und für Pirates Life alle höchstens zu zweit. Aha, aha. Weil es nämlich ein paar Postkämpfe gibt. Ah, verstehe. Komm. G-Klasse, schaffst du. Das schaffst du. Das G steht für G weg. Haha. Lage checken. Okay. Wow. Lage checken. Okay. Ja, das sieht ganz gut aus. Oh, Maverick hatte Blue Screen. Schreibt er gerade. Oh. Eieieiei. Geht das wieder los? Ich glaube, er soll ein Hinweis sein, dass er PS5 anschalten soll. Oh. Oh. Cottbus Gegner voraus. So, ich bin jetzt den Weihnachtsmann hier. Da, an der Tür. Komm, dann schnappen wir uns. Und ihr werdet verkacken. Da, an der Tür. Oh. 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 Keine Muni. Hu. Oh. 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 erledigt ich habe noch einen gehört irgendwo er sucht er findet er auftritt verschwindet und wer furze der stinkt und wer scheiße der ist dreckig schildbrecher mp granate kommen wir nicht das schild wenn man cool auch hier heute noch schafft wieder reinzukommen können bis schild gebrauchen was mit seiner kiste gemacht hat laut sein dort ja ja absolut die die technischen daten von dem ding sind der hammer hat doch schon sachen nachbestellt um das auszubessern aber irgendwie klappt das nicht deutsche post sagt nein wo der amazon naja hat es doch noch geschafft läuft bei mir ist auch abgeschmiert da ist absolut recht hoffel meistens hockt das problem vorm computer also ich bin unschuldig wer weiß was wieder gemacht ist das sind fake news vielleicht zu viele seiten aufgabt auf google nö niemals wer was anderes behauptet der liegt ich habe nicht zu viel offen ich habe nicht zu viel offen ich habe nur zu wenig offen und ich habe ein eindeutiges alkohol problem nicht pfui alkohol ist so gut muss ich schmecken jetzt muss wirken dachte ich mir gestern auch aber ich bereue es michael denkt daran finger weg von allem wo kein alkohol drin ist da ist jemand oh lade nach lade nach ah jetzt wollte ich gerade zerstückeln oh der, da hat aber gute waffen was ist das hier? saufpack was? wer? wo? saufpack damit zu tun äh au 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 ahhh ich bin nicht zurückgekommen verdammt Ach Gott, Bus ist auch tot gewesen. Ja. Ja. Das stimmt, Toffel. Ich bin schon alt. Ich vertrag das nicht mehr so. Aber alle anderen, wo dabei waren, waren zwischen 10 und 20 Jahre älter wie ich. Und die hätt's mal sehen sollen. Alter. Da konntest du gar nicht so schnell trinken, wie die nachgeschenkt haben. Das war echt krass. Da konntest du gar nicht so schnell trinken. Das war echt krass. Der Zeus hat sicher Corona. Ja, stimmt, Toffel. In dem Alter, da haben sie genug Zeit zum Üben. So, der dritte Frühling quasi. Ständig auf Tour gehen. Da hast du recht. Zeus ist wieder da. Zeus ist wieder da. Toilettenpause. Exatrom ist auch wieder da. Siehste, kommen alle zurück. Und dann hauen alle wieder ab. Und dann hauen alle wieder ab. So eine Toilettenpause könnte ich auch mal machen. Aber ich weiß nicht, ob ich die Treppen nochmal hoch schaffe. So lange mal nicht fällt. Sonst merken wir's. Sonst merken wir's, wenn du's nicht mehr schaffst. Runter komm ich, aber... Ob ich da noch die Kraft hab, wieder hoch zu gehen? So, ich geh jetzt als Bob der Baumeister. Ja, wir schaffen das. Der Skin heißt zwar nicht Bob der Baumeister, aber das ist der einzige Bauer. Nee, 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 wir trinken nicht beim Spielen. Wir trinken nicht. Das ist ich ja. Aber gestern war da was. Ja, Zeus, du bist krank. Du musst trinken. In Vic MediNight und so ist er auch 38% Alkohol. Alter, was ist denn das? Guck dir das mal an. Ich trinke schon auch die ganze Zeit. Ei, 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 ei. Das ist aber eine schlechte Vorbildfunktion als Streamer. Entschuldigung, das heißt ja immer mal so viel trinken, also bitte. Ja, touché. Der Alkohol ist nur die Würze des Getränks. Achso, auf die Kuppe. Ja, eigentlich schon, ja. Es fliegt nur immer einer raus, der kommt dann wieder rein. Also, wir sind voll. Voll mit Alkohol können wir nicht sein. Nee, nee, die Kuppe. Ich habe seitdem ich krank war, noch nicht einschlucken, Alkohol getrunken. Das ist schlecht, deswegen geht es mir nur schlecht. Ja. Bob, der Meister. Möglich. Eiferbübsch. Aber... Ich bin Bob, der Baumeister. Aber vom... Anderen Ufer, ne? Ich hab'n Mana. Von anderen Ufer. Sie darf an, äh, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ja. Von einem Ufer. Da gucke ich lieber der, der Süßen hier zu. Ähm, okay. Äh, nein. Nein, die ist definitiv nicht süß, nein. Definitiv nicht, da hab ich schon einen Hübscher gesehen. Stimmt, Toffel. Oh, das Schloss wieder? Ja. Cool. Da können wir wenigstens, äh, Loot anpacken. Ja, und ich kann gleich meinen musikalischen Kleider auspacken. Hoffentlich kann bei dem, äh, gescheite Mucke raus. Der muss mal nah ranziehen, dann hörst du sie. Hörst du sie? Nö. Mein Motorrad ist zu laut. Jetzt kannst du nicht hier... Ach, jetzt, äh, höre ich. Di, 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 di. Machst du in der Gruppe, oder was? Oh, bot, oh, bot. Komm in die Gruppe. Na, genau. In welche Gruppe? In die WhatsApp-Gruppe. Ja. Gibt's überhaupt eine WhatsApp-Gruppe? Nee. Sind doch immer diese Fake-Dinger, wo dir Geld versprechen, wenn du da reinkommst. Ich hätt mal meinen Korallen-Bag-Bling noch ausrüsten sollen. Der wird deutlich besser gewesen. Da ist wieder so ne Granate. Ich glaub, nächste Runde spiel ich als Fisch. Als Fisch? Fisch. Du verfluchter Fisch. 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 Fischchen. So heißt der Skin sogar. Ja, ähm, bei Cottbus ist ein bisschen laut, deswegen hört man ein kleines Echo. Echo. Aber das geht. Ist nicht so schlimm. Bei Cottbus ist ein bisschen laut, deswegen. Ein bisschen. Das ist kein bisschen. Keine Ahnung mehr, wer kann das nicht sein. Die Denkmaschine hat ausgesetzt. Feierabend gemacht. Überlass, überlass denen das Denken, die es kann. Ja, die, den Pferden, die haben größere Köpfe. Ich komm gleich mit einem Vorschlaghammer. Warum? Weil ich es kann. Was willst du dann? Hier den, äh, die Rübein schlagen? Auch. Und Vorschläge machen. Denn es heißt ja Vorschlaghammer. Oh, die wurde tickt. Wer schießt hier? Keine Ahnung, wer schießt. Billy the Kid. Billy the Kid, so so. Solange ihr meine, äh, eure Füße unter meinen Tisch habt, findet ihr nicht geschossen. Warte. Wo bist du? Das war Arthur Morgan. Arthur Morgan. He died an Tuberculosis. Hm. Trink nicht vergessen, hast du auch nicht mehr. Boah. Das war gut. Oh, oh. Es bitzelt. Ja, ja. Es bitzelt, hätte ich doch mal eine Toilettenpause gemacht. War das denn hier unten los? Ich reiße jetzt hier die Wand ein. Bob, der Meister. Jo, was ist denn mit dem Schall? Die Hammer Pumpkin. Die ist der Hammer. Nee. Die ist alles, aber nicht der Hammer. Hm. Denn ich bin der Hammer. MC Hammer. Es ist plötzlich, Gott, äh, Cottbus Rieb. Achtung, Feinde bei mir. Wie wird hier? Ja, ich komme durchs Fenster gesprungen. Wo gehst du dich wiederum? Oh, hier. Jawohl, so ist. Aber einen abgefangen. Fehlt nur der Schützengraben. Da hinten wird noch geschossen. Was ist das? Das ist ein Bot. Ich verfolge immer weiter die Schüsse. Dann folge ich einfach dir. Ja. Manchmal hilft auch einfach nur schießen. Ja. Da hinten. Da vorne ist noch jemand. Ja, sie wollen den Bunker öffnen. Hm. Toll ist auch ein Bunker. Da. Ist aber nur einer. Brumm. Ich kümmere mich drum. Obwohl, kann ich sagen. Es ist eine Ratte. Es ist Winter. Und eine Katze. Ich dachte, Mr. Hamster da. Oder wieder heißt. Oder eine Hero Hamster. Harry Hamster oder wieder heißt. Harry Hamster oder wieder heißt. Wir brauchen die Chip-Craft. Chip, 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 chip. Ihr kennt aber auch keine Feuervorschriften, ne? Wir brauchen die Chip-Craft. Hm. Die Bankkarte ohne Geld funktioniert. Ja, die Frage ist nur, wo die Karte ist. Amorsch irgendwo? Keine Ahnung. Ich hab die Bude mal gezündet, ne? Ja, warum nicht? Ja, ja, genau. Extra drum. Jetzt muss man auf den eigenen Bot schießen. Wie gesagt, ich kenn das Spiel nicht. Aber ich hab's dann gemerkt an dem weißen Pfeil oben. Machen wir mal diese Karte, bis wir die andere finden. Ja, will irgendwer mitfahren? Hm. Ich hab ja die Karte. Ich schlag die Tür ein. Ui. Self-packs. Auf. 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 Hm. Öh. Nix dabei für mich. Was ist das? Hast du das gebaut, das Ding hier? Alter. Schade, ich wollte euch einspälen. Ging leider nicht. Das war ein Schuss in den Ofen. Quasi. Was zum Geier ist denn das? Ein Ofen, das ist was, wo man heiß machen kann und zum Beispiel Pizza herstellen kann. Hahaha. Warte mal, man kann eine Pizza herstellen. Ich mach meine Pizza in meiner Mikrowelle. Oh, ich mach's auf der Heizung. Hahaha. Aber auf der Gasheizung. Ja. Achtung, die Zone kommt. Ja. Ja, ich habe schon ein mobiles Gefährt. Leider kein Halbkettenfahrzeug, aber... Hello, Forest. Ist das Matura... Ist das Matura Chonek? Äh, Toffel, aber mal ohne Witz. Ähm... Äh. Hier steht es. Komm, dann kann ich bei dir noch rein, Zeiss. Ja, ne? Ja. Aber Toffel, das machen viele sogar. Das ist gar nicht schlecht. Wird empfohlen von diversen italienischen Köchen. Bei der Pizza auf dem Gasheizung? Ne, äh, in der Pfanne. Oh, in der Pfanne. Danke, 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 machen. Da wird die Pizza in der Pfanne verrückt. Sag mal. Ich schieße gleich ein Loch rein. Das ist meine gute Karre hier. Da hinten wurde geschossen. Wo? Ich fahre voran. Ich bin Snipermann. Ey, ich bin der Snipermann hier. Hast du noch keine Sniper? Ja, ich habe eine. Noch nicht. Aber ich habe die Gegner. Dafür bin ich Jesus. Ich habe die Flügel. Phase tot. Juhu. Ah, geht er da put. So, hier. Zack. Das war eine Tudel. Da ist er gut gelaufen. Alter, ich habe echt einen Sturmgewehr, was gut ist. Oh, hier. Ich bin der Sniper. Und ich höre die Flügel. Snipermann, neuer Superheld. Jawoll. Ich habe die Flügel. Aber ich habe keine Sniper. Tudum. Wer hat mein Auto geklaut? Das Ding ist ein total Schaden, ne? No risk, no fun. Ich könnte auch fliegen. Ach, nur weil da jetzt zwei Reifen fehlen. Wart ihr vielleicht auch mitkommen? Oh, ja. Oh. Danke. Wartest du auch mit, Kurt Bus? Ich bin noch drin, oder? Ja, ja. Äh, ich meine, ich wollte es sagen. Äh, scheiße. Ich wollte eigentlich, äh... Was macht ihr denn? Also, ich bin schon am Ziel. Ich weiß nicht, was ihr habt. Fliegen war wohl noch die effiziente Methode hier. Ich will nicht fahren. Ihr fahrt. So. Ihr könnt euch aber auch nicht einigen. Ähm, Cottbus, du sitzt am Steuer. Ich bin hier auch. Ich bin in Griechenland. Wohin? Äh, guck mal nach links, da, wo Zeus angezeigt wird. Da kannst du hinfahren. Äh. Hahaha. Wie kann man sich für das erste, für ein paar Minuten verschanzen hier? Oh, ne. Ah, hier ist ein Gegner. Oh, war da... Die Rücksitzwagel ist ein bisschen schwer. Ja. Könnte an meinem Bauch liegen. Hahaha. Hahaha. I, Kylo Ren. Bistisch. Danke. Was für ein Ding? Kylo Ren. Kylo Ren. Wir sind auch gleich da. Ja. Ich treffe raus. Ja, genau. Ja, ich muss mir mal kurz eine Stille mit Net reinverwenden. Ja, hier. Wie fährt denn Cottbus hier? Er hat noch weniger Führerscheine als je. Hat geklappt. Wir sind am Ziel. Das ist alles, was zählt. Nee, die Serie fangen wir jetzt nicht an. Kann ich mit DJ spielen? Zin, 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 zin. Kein Publikum. Ja, dann gehe ich wieder. Hatte wohl keiner Lust auf dich. Guck mal, hier ist... Hey, da kommt einer Angeflogen. Bei dir. Unbegüse. Ich verfolge ihn. Ich habe ihn erwischt. Gehört. Muss ich meine Munition nicht verschwenden. So. Ich führe die Flügel, die er hat. Ja, dann nimm noch. Ja, Reflexe ist voll umkommen gewesen. Ja, ich habe keine Sniple, leider. Immer noch nicht. Tudum. Ich will halt nicht die Sniple mit sieben Schuss. Ich will die mit drei Schuss. Ich habe vier Schuss sogar. Was soll an der drei Schuss besser sein? Kann ich mal laden. Was soll an der drei Schuss besser sein? Die machen wir Schaden, wenn sie trifft. Da ist noch drei Schuss bei mir. Ich höre ein Auto. Ich habe mir ein Auto. Oh, hier. Einer down. Oh. Oh, Flügel. Flügel. Und die hatten eine Menge Gis dabei. Oh, Gis? Ich betone nicht weiter, was dieser Gis ist. Okay. Es geht sehr in eine Richtung, die wollen wir nicht hören. Ja, ja. Okay. Ich verstehe. Aber jetzt habe ich nicht. Aber nehmen wir mal. Hat irgendwas Neid bei Muni? Äh, ich ja. Ja. Oh, sogar komplett voll. Geil. Wo ist denn die Kamikaten-Kronen? 30 Schüsse. Schüsse. Hallo. Tintine. Öfter hier. Den Skin habe ich. Ich habe das Feuer entfacht. Oh, ich habe jetzt wieder Sniper-Muni aufgenommen, wo man das Zeiss brauchen kann. Ich bin voll höher als Sniper-Muni. Oh. Deine Schusswürge. Naja. Du trägst die Reste, Juni. Ich habe noch einiges. Ja. Oh, ich kriege, glaube ich, gerade eine Nachricht aus Darmstadt. Oh Gott. Solange es hier aus Felsburg ist. Oder aus Bielefeld. Oder aus Frankfurt. Bielefeld gibt es doch gar nicht. Ja, eben. Ihr seid ziemlich nah an der Grenze, Kurt Bus und Michel. Ja. Wir sind Grenzgänger. Ja. Wo ist eigentlich der Kleine hin? Wo ist eigentlich der Kleine hin? Ach so. Ja, oh Gott, ist ja schon neun. Ja, klar. So, einsteigen. Der Aliexpress. Tudum. Also, da ich halt genug bin, muss ich ja nicht so früh ins Bett. Oh. Ich will ja noch. Eigentlich muss ich mich jetzt ins Bett fertig machen, damit ich pünktlich ins Bett gehen kann, als ich mögen, arbeiten kann. Aber ich bin krankgeschrieben, also scheiß drauf. Ui, Wasser. Wasser. Oh, der passt hier. Das ist auch nicht grad besser. Ach so, das ist unser Bot. Ich schieße immer auf den scheiß Bot. Papier gehen wir zu Fuß. Was ich schon Munition verschwendet habe. Also, hier war ich ja auch noch nie. Ja, das ist ja auch neu. Ah. Das könnte es erklären. Gegner. Das ist die dunkle Seite der Macht. Genau. Ich bin dein Vater. Ja, ne. Möge dem Acht mit dir sein. Ich bin dein Streamer. Möge dem Acht mit dir sein. Lebe lang und in Frieden. Ah, meine Nase juckt. Den Kratzen. Kratze, Kratze. Tue ich hier. Oh, da ist auch ein Feind. Kratzen ist doch hier Sardunaso. 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 Oh. Vorsicht, da sind welche. Ja. Hab einen. Gehedgehottet. Noch einer. Hinterm Felsen. Oh, der ist schnell. Scheiße. Bin down. Ich komme. Ist der noch bei dir? Ich bin, äh, mich am Zureck ziehen. Ab den zweiten gehedgehottet. Okay, bin tot. Oh, verdammt. War ich... ...ein Ticken zu langsam. Ich ging ja schon in die Deckung, aber... ...das war trotzdem zu wenig. Also, zwei habe ich noch mit Headshots genockt. Danke. Wo kommen wir die Scheiße her hier? Ja, irgendwo. Schieß doch einer. Ja, von der Donne. Mach hier mal. Dann können wir zusammen. Ah, da. Ja, das ist... Ja. Können wir nicht mehr holen, aber... Oh, komm, noch mehr. Oh, fuck. Was sind die denn? Er kommt erst mal her, hier. Wir müssen zusammenbleiben hier halbwegs. Aber eigentlich ist es nicht genug. Ja, ich ja. Oh, fuck. Ich kann euch nicht helfen. Ja, alles gut. Was, fuck? Ja. Oh, zweiter. Eieieiei. Und wo kam die jetzt auf einmal her? War da ein Nester das? Ja, ich glaube auch. Hat einer eine Dose aufgemacht. Was, da hat jemand die Kloschüssel aufgemacht? Eine Dose. Alter, ich brauche noch so viele Seiten, bis ich die nächsten V-Bucks kriege. Oh, wir hatten noch keinen epischen Sieg. Den müssen wir noch hinkriegen. Doch, einen hatten wir. Da rein hatten wir. War ich da auch schon dabei? Ja. Ja, den habe ich sogar geklebt. Der ist sogar geklebt. Ich könnte mir einen Skimm kaufen. Was, was will, was willst du mit dem Nazi? Immer noch besser, als grün zu werden. Hm. So, ich bin jetzt Oberkamera-Kommando hier. Hm. Mit. Ich bin die OHL. Die oberste Heeresleitung. Hm. Ich könnte mir den Burger-Skin holen. Ach, seid ihr zurück zur Lobby? Ich nicht, ne. Ich immer. Ich bin der Einzige. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, Escape und dann zurück zur Lobby. Ah, nö. Oder Alter 4. Ja, ja, genau. Alter 4. Ich sitze seit 40 Jahren vor den Rechnern. Den Befehl kenne ich sehr gut. Ach, der ist doch harmlos. Auf der Zone macht er mir nichts. Ja, das stimmt. Und früher, in den 90ern, war er sehr wichtig sogar. Das ist wie der oberste von Expendables Haus. Vom Wut? So ist. Das ist der Lone. Wie der oberste von, ja. Der italienische Hengst. Italian Stallion. Oh, hier. So, erstmal die Karte studieren. Party Bus. Geh mal da hin. Grand Classy. Wohin? Da. Da. Da ist aber kalt. Da liegt Schnee. Ach, egal. Ist schon mal ein gutes Training für Sibirien. Für War Thunder? Jo. Hihi. War Thunder, finde ich, ist nicht meins. Ja, ich habe auch die Lust dran verloren. Das war mal cool. Aber ich brauche es nicht mehr. Ist das nicht das Hotel von Shining? Ja. Nur mit dem Unterschied, dass es dort auch keine Bots mehr gibt. Oh. Heißt, der Tresor unten ist offen. Und wahrscheinlich leergefähigt. Hmhm. Ich war wohl beim Urlaub mal hier. Hm. Eine Schrottflinte. Schrott. Eigentlich hatte ich mich mal krank schreiben lassen. Und dann, äh, hier, nur, äh, mit der Konsole, äh, hier, mit der Konsole, äh, hier, mit der Konsole, zu machen. Üben, ja. Mit der Flinte üben. Ja, mach doch. Mit der Flinte üben kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Nee, mit der Konsole üben. Hier, Fortnite. Ja. Üben. Fortnite-Battle-Pants. Für Fortnite. Mir fehlen noch 100 V-Bucks. Was für ein Ding? Ja gut, ich... Ja gut, ich könnte auch... Mir fehlen noch 100 V-Bucks. Das V-Buck? Nee, V-Buck. 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 Achso, das ist die komische Währung da, ne? Du bist auch Z-Buck. Ja, genau. Die komische Währung, genau. Ich hab Fortnite-Q, ich krieg hier einen Monat tausend. Hm. Ja gut, ich könnte hier auch am PC mit... Ja gut, ich könnte auch hier am PC mit Dingen sieben, wie heißt's mit... Controller. Controller, aber... Controller Player? Ist halt die Frage, ob das Gameplay ähnlich ist, weil, äh... Ich hab so das Gefühl, dass es auf der Konsole vereinfacht ist. Ich weiß nicht, ob das dann am PC auch, äh, vereinfacht wird. Der einzige Unterschied zwischen Konsole und PC ist, PC ist noch mehr verschwitzter. Und man hat mehr Möglichkeiten. Oh. Besonders beim Bauen. Hm. Und ich hab mir diesmal ne Sniper gekauft. Oh, hier. Und bei mir ne Gold. Heißt das, du hast du dann immer? Oder jetzt nur für die Runde? Nur für die Runde. Oh, okay. Nur für die Runde. Besser, besser als wenn ich die suchen muss. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, Flügel. Jetzt hab ich Flügel und Sniper. Ich bin Jesus. Das ist eine geile Voraussetzung, ne? Kannst von der Luft aus Snipern. Ah, das funktioniert nicht. Ah, schau. Ist nur ein kleiner Kratzer. In Warfwander hab ich mittlerweile Amis angefangen. Ja, okay. Hast du gesagt. Du bist übergelaufen. Aber auch nur, weil ich Geburtstagsgeld hatte. Ah, du hattest Geburtstag? Ja. Ah, wo ist mein Zettel? Alles Gute nachträglich. Danke. Alles Gute nachträglich. Ich weiß zwar nicht, wann du Geburtstag hattest, aber naja. Ich such auch am 6. Wo sind meine Zettel? Ich hab doch einen Zettel. Ich hab einen Zettel mit deinem Geburtstag. Mavericks. Und, ähm, Mias. Mias und ich auch Geburtstag, die Tage. Da war doch was. Ne, du hattest es schon. Warte. Ja, klar, hattest du schon. Sicher. Da war ja... Da war ja... Wie, äh, bei mir dauert es noch vier Monate. Noch vier? Bei mir noch sieben. Also... Ja, nicht mehr ganz... Äh, ja, etwa vier... Ja, nicht mehr ganz vier Monate. Hm. Aber gut. Ich bin gar nicht so scharf drauf. Will jemand hier rumblitzen? Ich... Ich... Ich will alle schocken. Ich hab mir einfach mein Geburtstagsgeld eine F4 Phantom geholt. Lol. Und dazu noch mal einen guten Panzerjäger für das Flugzeug. Mhm. Hat eine schöne 75mm-Kanone. Die hab ich auch. Ungefähr. So viel Information. Ja, haha. Ein Kino. Das ist ja auch geil. Mit Graffiti sogar. So. Yeah, baby. Ja, vor allem gibt's den umsonst. Ja, okay. He, 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 he. Ich mach... Warte. Hahaha. Sehr geil. Was ist denn? Ein Chimitoga. Ja. Der war noch gar nicht fertig. Ich kann auch die Erde zum Beben bringen. Hm. Warte, hier. Okay. Hm. Mit einem Floret. Oh. Yo. Oh. Jetzt wurde ja auch noch angefahren hier. Die Uhr tickt. Ja, ich fliege schon mal zum Turm. Wo ist der überhaupt? Diesmal mir nach. Und diesmal ist er aber noch im Turm. Und nicht so wie letztes Mal. Ach, der Turm. Ich hab ihn ausgeschaltet. er schaltet immer aus ich habe die wenige chipkarte krankenkassen karte sie so durch den schlitz mehr falsch kann man das jetzt auch nicht mehr verstehen gesagt hat es auch nur ein schlitz das kann man nur dezent falsch verstehen was das ist der gegner gegner drei stück eingehittet habt ihr nein ja ich habe keine smartphone nie mehr er schön welchen hau fans neidermoney bekäme ich habe noch ein bisschen snipe moni eingesammelt und du brauchst ja ich brauche sehr viel ja das war ein bisschen aber das ist das was ich dann das reicht für das erste gut meine gesundheit hat auch etwas gelitten ja meine gesundheit ist auch ein bisschen für den maverick naja ja ja ich wollte gerade sagen der lichte schild trank aber hast ja selber gefunden ich wollte schon sagen jetzt kommt ein auto aus wir müssen langsam da weg mit hinten wird geschossen aber 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 kein sichtkontakt wir mal gucken ja ich fliege schon mal hin die flüge sind gleichzeitig geil aber auch gleichzeitig eine große schwach aber wir sind mit dem auto gesprungen war mir nicht sicher ob wir es schaffen aber wir sind gut gelandet hat sich gelohnt colt sie was zu gucken wo ich klein war wo wir werden ich gucke gerne nämlich sie erst da ist ein zwei stück an alle da und ich überfahren wir haben alles so irgendwo so jemand ich habe nur noch 8 hp das ist nicht viel ich habe noch zwei mini bodies ja von ihnen hinten 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 also das war jetzt echt nicht nötig mit mir kann ich kann ich die gegner denn überfahren oder fliegen die weg dann wenn der bestimmten geschwindigkeit machen ist machst du gut schaden ok gut jetzt trägt aber also wenn den keiner bilder nämlich er wieder wird uns geht's gut ja jetzt lebt mich nach wie schlau ja hier und mich bringt den jetzt wird zu trinken zu zieh 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 und jetzt einsteigen fahren noch ein stück bin ja schon längst drin es ist so ab hier brauchen wir kein auto mehr da fliegt da ja ja raus aus dem auto ist so auffällig ab hier wird zu fuß gegangen jetzt sag nicht dass hier bei mir die stream aufgehängt hat wo ist er er ist abgehauen jetzt habe ich extra die snipe rausgepackt könnte aber noch irgendwo hier rumlungern die verschickt sich nur ne kiste ja aber wir müssen eh in die zone hm ich kann mal unterwegs noch mal hin boah da unten am haus sind drei vier stück ja ein ob ich getroffen ich suche mir mal einen anderen winkel ja einer ist auch schon ja ja erwischt aber ein schönes aber das braucht er noch ich suche mir noch mal eine andere position ich hänge so ein bisschen fest auf dem berg hier auch mal ein stück runter also den einen habe ich noch mal erwischt einer da und einer ist unten ja ja ich komm hab's gesehen hab ihn er ist erledigt ich brauche hier hilfe ja ich bin da ich sehe noch nicht ich brauche hier dringend hilfe stelle ich so an das haben wir uns in der scheiß position gebracht hier hat er mich voll erwischt die sau ich werde jetzt die mussten bauen du bist auf dich alleine gestellt aber jetzt auch noch ein anderes team kommen deswegen ich hätte ihn holen können aber die bieten sich gerade gut an ja das stimmt gibt es ja keine artillerie oder ein airstrike oder so ja eine f4 phantom als close air support wäre jetzt nicht schlecht die waffe habe ist die waffe komplett dreck aber wenn die andere die haben legen die wir sein zu tote die erne ist klar so aber ich werde dann tuk machen halb zehn mir reicht das ich hau auch es war ab ja reicht für heute genug gelacht ja wenn was nächsten sonder dran ist ja muss man gucken muss man gucken also wenn äh interesse besteht back for blood wäre mal wieder ganz cool hätte ich bock drauf aber ja mal genau mal gucken vielleicht auch mal wieder forza vom sim rig aus ich habe das ding noch gar nicht getestet habe jetzt alles mal eingestellt noch gar nicht probiert ob es funktioniert das kann man sagen teile wäre immer schön die habe ich doch alle schon durch ja und man kann ja auch rennen fahren bei forza reisen ja klar könnte man immer noch machen vierer oder fünf oder sowas in der art weil da habe ich wieder ein bisschen mehr vorteile wegen weil ich die spiele lieber spiele als motorsport ja das kann ein vorteil sein auf jeden fall ja ich bin mehr so der motorsport mensch oh gut die die horizon natürlich auch gesuchtet ne aber motorsport ist dann eher so meins oh maverick hatte bluescreen glaube ich er schreibt grad den pc schmeiße ich bald aus dem fenster raus heilei vielleicht vielleicht keinen von 1945 verwenden tja so dann haut mal rein ja alles klar viel spaß noch und äh ja vielleicht müssen wir auch mal gucken ja alles klar machs gut die dass die das der Welt け